Megatrends Megatrends verändern die Welt und beeinflussen uns in allen Lebensbereichen. Sie verändern nachhaltig die Art, wie wir leben, handeln, arbeiten und uns einrichten. Beim Megatrend Individualisierung steht die Raumgestaltung im Vordergrund. Möbel werden offener und laden zur individuellen Gestaltung der Räume ein. Der Wunsch seiner Persönlichkeit Ausdruck zu geben wächst und steigert somit den Anspruch an die Individualisierbarkeit der Möbel. Der Megatrend Urbanisierung ist für jeden von uns erlebbar. Wohnräume verschmelzen immer mehr miteinander, in Großstädten wird bezahlbarer Wohnraum immer geringer und der Wunsch nach intelligenten und flexiblen Möbellösungen hält Einzug. Funktionalität und Stauraum bis in den letzten Winkel ist gefragter denn je. Neu aufkommende Situationen und Wohnkonzepte fordern somit ein neuartiges und flexibles Lebensumfeld. Der Raum und damit auch die Möbel müssen sich den Gegebenheiten anpassen und variabel auf unterschiedliche Bedürfnisse reagieren. Es entstehen Zonen, in denen der genutzte Bereich spielend leicht und auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. Topline XL bietet hierfür spannende Lösungen. Lassen Sie sich von unseren revolutionären Lösungen für wandelbare Räume überraschen. Grenzenlos leben, verbindende Raumteiler. Neue Raumkonzepte definieren die Nutzung von Räumen nicht nach ihrer Funktion, sondern nach ihren Möglichkeiten. So auch hier im Transforming Apartment. Der Raumteiler ist funktional und schafft eine Trennung zwischen zwei Wohnbereichen. Gerade im Hinblick auf den Megatrend Urbanisierung ist es wichtig, dass der vorhandene Wohnraum bestmöglich ausgenutzt und organisiert ist. Sowohl das Wohnzimmer mit integriertem Homeoffice-Bereich als auch das Schlafzimmer können bei Bedarf spielend leicht auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Während man sich im Wohnbereich auffällt, wird im Schlafzimmer nicht viel Platz benötigt. Daher macht es doch Sinn, den Wohnbereich kurzfristig zu vergrößern. Mit unserem Transforming-Möbel kein Problem. Unser Schiebetürsystem macht das Schieben in einer neuen Dimension möglich. Dank des Topline XL kann die Wand zwischen dem Wohn- und dem Schlafbereich ganz einfach hin- und hergeschoben werden. Dadurch entsteht mehr Platz in genau dem Raum, wo er benötigt wird. Im vergrößerten Wohnraum bietet dieses Möbel Platz für ein clever organisiertes Homeoffice, ausgestattet mit diversen Stauraummöglichkeiten. Die Arbeitsintensilien finden ihren Platz und sind stets schnell griffbereit. Rechts und links befinden sich Regale, die für mehr Wohnlichkeit sorgen. Damit der Bürostuhl nicht sichtbar im Raum herumsteht, wurde hierfür ein pfiffiges Versteck mit Hilfe einer Senses-Drehtür gefunden. So sieht es im Handumdrehen nicht mehr nach Büro, sondern wieder nach Wohnzimmer aus. Nicht steht der Entspannung nach Feierabend im Weg. Gehe ich abends in das Schlafzimmer, kann mit dem Topline XL die Wand wieder spielend leicht zurückgeschoben werden. Das Schlafzimmer wird wieder vergrößert und der Wohnbereich für die Nacht verkleinert. Das Bett wird im Schlafzimmer ebenfalls mit der Wand hin- und hergeschoben, um eine perfekte Raumausnutzung zu generieren. Ist das Schlafzimmer transformiert, wird der Stauraum für das Schlafzimmer sichtbar. Neue Raumkonzepte geben dem Design und der Stauraumnutzung neue Impulse. Flexibel war gestern, transformieren ist heute. Zur Erweiterung bzw. Transformierung des Raums wurde der Topline XL genutzt. Er stabilisiert und führt die zu öffnende Wand. Das Aufschieben wird durch herkömmliche Stützrollen unterstützt, sodass sich das Gewicht komplett verteilt. Bitte vorsichtig den Bereich öffnen und wieder schließen. Bevor das Exponat geöffnet oder geschlossen wird, bitte auch überprüfen, ob im gegenüberliegenden Raum ebenfalls jemand das Exponat bedienen möchte. Das Bett kann ebenfalls mit einem Arretierstift festgesteckt werden. Der Arretierstift hier ist nur eine Attrappe. Wenn das Möbel im privaten Umfeld steht, kann das Bett auf Wunsch natürlich arretiert werden. Hier macht Ordnung Spaß. Mit einer durchdachten Struktur und vielen Stauraumlösungen findet alles im Hauswirtschaftsraum seinen Platz. Auch Gegenstände, die sonst nicht schön anzusehen sind. Der transformierbare Raum sorgt im Handumdrehen für Ordnung und gleichzeitig für einen kompletten Überblick. Besonders im Hinblick auf die Urbanisierung und dem immer knapper werdenden Wohnraum ist es wichtig, dass der vorhandene Platz bestmöglich genutzt wird. Viele wünschen sich einen Hauswirtschaftsraum. Aufgrund von Platzmangel ist dieser Extra-Raum jedoch oftmals nicht zu realisieren. Daher haben wir hier ein Möbel, das ganz einfach transformierbar ist. Ohne viel Mühe wird der Raum ganz einfach aufgezogen und somit zugänglich gemacht. Dank des Topline XL, der in einer neuen Anwendung gezeigt wird, kann die gesamte Wand des Möbels zur Seite geschoben werden. Dadurch entsteht ein neuer Raum, der wirklich nur bei Bedarf entsteht. Im Innenraum des Hauswirtschaftsraums sind beispielsweise die Waschmaschine und der Trockner versteckt. Auch Bügelbrett, Kleinteile oder der Staubsauger haben ihren festen Platz. Sie möchten noch mehr von unseren Lösungskonzepten sehen? Besuchen Sie die 3D Experience World auf Hettich X Days, um den Topline XL und viele weitere Produkte für magische Einrichtungsideen zu erleben.